da ist der ball weg ein bereichlicher freistoß bitte bitte ha ha es war nicht nur lebt wie leh ui es war mal los es war gesagt den dort ist es war gesagt das ist wie der lillowitsch ist man doch nicht mehr guck du wagen der Sven ist voll gut man ich hoffe dann mal dann und den mittelbaut und ich bin in der Ecke das noch ist mein Name verliehen ist er kommt er mit der Faust an den Ball gute Aktion das ist ein guter richtiger bleibt am Gegner dran und holt so den Einwurf für sein Team der Abwehrspieler steht hier einfach richtig gute Stellungsspiel ja immer noch mehr waren die Kerle die Sendung kein Kind die Serie gelägt das war nicht so einfach zu lösen ich kann ihn aus der Ziesu die müssen immer gehen zum schwer gegen den Kampf spielen und dann kommt die Sprung ist durch Schmied und Kürz und sie machen was für sich vor sie hat cool schnitziger geschminkt 3 3 mal der zählte sie bleiben weiter am ball per kopf abgelegen und damit ist er nicht gelb nee für mal lang geht wenn das mal aus seitenhaus einwurf das brunner wird sich um die gefühl das war einfach und er hat den ball dann muss mich schießen und jetzt schießt und an der stürmer für die europäische equipe der trotto und jetzt haben sie das ist wie er beendet mit ihnen immer gut und schießt wie er pehrt das wäre gefährlich geworden aber vielleicht schmerz den tor aber so richtig wie ich den wohnen gefällt mir immer verteilt in italien da ist er da und hat die flanke mit kontra wie springen mamma mia ne gute möglichkeit es wäre geil gewesen oder guck mich kreuz so etwas ein harter zweikampf aber alles fair kreuz 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 aussie ist für die europäische kreuz zuspieler besser gewesen der ball geht ja meilenweit vorbei kreuz 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 er setzt sich durch das war wichtig schriftlich immer kinder dass der schweck netflix netflix auch eigentlich kann man zum kind schon mal netflix sie lassen den ball gut laufen schwer jetzt setzt er sich durch und bleibt das frau wird natürlich abgepfiffen wir würden sich dennoch brenner das wirst du was ich feier stoff der sieben freistoß wiederhaltig und schmeckt altstoffe 3 ich brauche ich bin nicht voll manche der schwarze den vernehmert morgen aber so wichtig freistoß und das ist eine gute gelegenheit ist für die schwarze der gelbe ist angewiesen wir wollen den drücken die mauer geht noch ein stück nach vorne das müssen wir eigentlich unterbinden und wieder bewegt sich die mauer und jetzt ist genug oder er ging auf den zweckern scheine näher lukin situieren nach richtig der ball wurde geblockt Das macht so viel Spaß, wenn ich hier bin. Die sind medischer Flatsch, das wir verhören, dass wir noch besser sind. Die Ertourik... Nee, das war Pepe, ich stelle ich mir für die Ertourik-Stadt. Die Ertourik ist ein Herr, ich stelle jetzt doch mal an Ertpepe. Ihr Lingen, Mama ist fett. Ja, das ist voll geil. Ich facken sie doch. Oh, yeah. Ich fritze gleich. Ich schaue die kurze Optisch-Hobting-Werner-Hop-Pagas. Und der ist weg mit dem Stink-Gemengen. Da ist der Ball weg. Da ist der Ball weg. Du Fäule, Fütze. Der Ball ist aus dem Heimhaus, ein Wurf. Er macht den Luftbeweg. Wow, leckert den Scheiß an, die euch schreiben. die heimannschaft will jetzt verstärkt auf pressing setzen das ist korrekt es gibt geld die gibt vielleicht nicht jeder aber geht in ordnung sie sind die präsentiert das wäre fast der ausgleich gewesen aus diesem jahr die die städte und schien und auch um und schiefen die traur und rügel mit sauberes prozent weniger gelbe angebotet die er gar nicht zufrieden als kapitän die verfolgen tils sind sie richtig das ist voll geil es gibt die gelbe karte für mich zu hart ein faul war es viel mehr hätte man daraus nicht nehmen wir uns geht die klinik das ist eine gute chance er wollte von hannner ficken aus dem freistoß wird sie jetzt wirklich was war eine gute gelegenheit er schraubt sich hoch den hälter sich nicht dauernd das ist ein faul und der schiedsrichter pfeift das auch natürlich muss er da ab pfeifen ja ganz klar man kann es nicht anders sagen es sieht nicht gut aus sie müssten jetzt in der schlussphase noch zwei tore schießen für den aufstieg sprach noch nie jetzt haben sie den ball verloren gut gearbeitet im zweikampf er hat den ball weiterhin nicht als schnee und eis aufsteig mit ant säger es ist ein ding das muss ich schweigen es steht viel 3 Mulds, gut. Nee, guck wie zu nah an. Andere Künstlers war. Das kann er definitiv besser. Bruno weiß nicht. Mein Gott. Damit hat keiner gerechnet. Der Außenseiter liegt vorne. Und so langsam ist der Sieg greifbar, Buschi. Ja, und der Spiel ist fast vorbei, Wolf. Und dann sind eben auch die anderen... Und wieder ein... Ey, ich fahre einen lieber T4 und den Brunnen. Und er lützt den Berg. Und... Und... Pass on the left! Assist! Ja! 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 Und sie geben noch einmal alles... Wenn wir hier heute gewinnen. Dann ist das Delphuls. Ja, aha! Kein Problem, er holt sich den Ball. Nee, Stuiii. Nee, nee, nee. 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 Nee ich konnte den nicht filmen. Neee. Nee. Neeee Neeee Hat sie nicht ordentlich drin gemacht Neeee Nee, ich füllen doch Neeee den tut der gov an mich geht wie alle für alle Menschen auf der Welt äuh, ah, oh w-wey mein Klaes ist nicht doch bestimmt gefilmt oder? ja ja heute ich- 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 weiss man den